und damit heiße ich euch mal wieder herzlich willkommen zu der frage die uns jede woche beschäftigt was gibt es diese woche gratis bei epic und diese woche gratis bei epic dem 7 2021 gibt es ab 17 und für euch den pc building simulator ja das wo geht es wie ganz einfach ihr baut euren eigenen pc zusammen gründete firma verkauft die dinge und so weiter und so fort ihr könnt natürlich auch ein bisschen was fürs real life lernen angeblich viel vom spiel so gesagt ich bin ja mal gespannt ob das wirklich stimmt ich habe das spiel noch nie gespielt ich werde das auf jeden fall mal reinziehen und mal gucken was sich da so erwartet ja das war es dann auch schon leute es gibt nur dieses eine spiel diese woche bei epic dem pc building simulator ich habe ich natürlich wie gewohnt in der letzten zeit noch ein bisschen gameplay hinten dran dann könnt ihr euch das anschauen denkt dran ab 17 uhr gibt es das für euch donnerstag ich wünsche euch viel spaß damit wir sehen uns nächste woche tschüss mittels die Musik 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 Das war's. 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 Das war's.